Hallo zusammen, mein Name ist Silas Weber, ich bin Logistiker im Reiterlehrjahr bei der Dorma Kaba Schweiz AG und ich wollte heute mal meinen Berufsalltag näher bringen. Das erste Stück einer Produktion ist Logistik. Ohne dieser Infrastruktur, Material, Support und Transport kann eine schnelle und intakte Produktion nicht kontinuierlich vorwärts laufen. Deine Aufgaben sind Warenannahme und Lagerbewirtschaftung. An dieser Stelle hast du mit Lieferanten und Kunden in der Firma zu tun. Die Ware liefert oder der Entkunft beliefert, wo die Sicherheitsmechaniken gerade einbaut. Natürlich hat man auch so einen Tag, wo man ab und zu den Stapel bedienen kann, was sehr Spass macht und ein bisschen Abwechslung in den Alltag bringt. Als Logistiker gefallen mir die vielseitigen Aufgaben und Bereiche, in denen ich alltäglich zu tun habe. Was bei mir bei der Dorma Kaba besonders gut gefällt, ist, dass man sehr schnell selbstständig arbeiten kann und viele Verantwortung übertragen bekommt. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag als Logistiker bei der Dorma Kaba bekommen. Wenn du das spannend gefunden hast, dann bewirb dich doch noch heute.